Schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus auf YouTube. Yeah, es ist gigantisch, was bei mir so abgeht. Vielen Dank für Kommentare und abonnieren und Spaß haben. Es ist wunderbar. Ich wollte ja meine E-Flex-Spindel schleifen lassen bei einem wirklich sehr, sehr netten Spindelschleifer. Ich war eine tolle Firma in Süddeutschland. Jetzt wegen der Corona-Krise geht gar nichts. Und jetzt, ich habe, es reicht. Ich will jetzt meinen E-Flex mähen. Jetzt habe ich mich doch entschieden, die Spindel zu meinem auch wirklich super Toro-Händler, Firma Fehling, zu bringen. Und die sind auch noch am Start. Das kriegen wir hin. Und jetzt bringen wir heute die Spindel dahin. Checken wir nochmal kurz den Rasen des Nachbarn. Ja, sieht gut aus, der Rasen. Er hat noch ein paar, ja nicht ganz so dichte Stellen. Der Boden war wohl doch ein bisschen ungleichmäßig von der Qualität. Aber das kommt. Das wird. Er mäht fleißig. Wunderbar. So, also Spindel raus. Anderthalb Stunden Fahrt. Aber egal. Das muss jetzt sein. Da ist der E-Flex. Und da ist die Spindel. Yeah. Zack. Raus damit. Da ist die Spindeleinheit. Yeah. Geil. Ha. Ja, Freaks. Wir haben die Spindel nach Hannover gebracht, zur Firma Fehling. Die haben sie geschliffen und haben sie dann freundlicherweise nach Braunschweig in ihre Filiale geliefert. Und da habe ich sie jetzt abgeholt. Und nun wird sie nach Hause gebracht. So, liebe Rasenfreaks. Es ist soweit. Da drin, da drin ist die E-Flex-Spindel. Meine Frau hat sie mir heute gebracht. Ich muss da wieder arbeiten. Ich muss ja mal drei Tage arbeiten, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und da ich es nicht ausgehalten habe, hat mal der Frau die Spindel abgeholt. Oh, sieht so gut aus. Nagelneu. Oh, hier schöne Schliffe hin. Feiner Schliff. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Jetzt müssen wir erst einmal die Spindel reinnehmen auf die Werkbank. Ich muss die Schnitthöhe nochmal kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig eingestellt habe. Jetzt machen wir natürlich als erstes den Schnittschecker. Den Schnittschecker. Ich finde, sie wird relativ fest eingestellt. Aber die wird natürlich fantastisch. Mal gucken, wie sie... Gut, jetzt Schnitthöhe kontrollieren. Mit meinem Gadget. Ich bin ja nicht so tief vom Schnitt hier. Aber ich habe jetzt hier 16 eingestellt. 16 ist gut. Jetzt hängt man hier... Das geht natürlich nicht. Klasse. Da muss ich das doch anders machen. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Die Schnitthöhe so. In der richtigen Position. Das ist von meinem Bein. Jetzt hängen wir das Ding hier unter. Ja, das sieht super aus. Das ist gut. Das passt genau. Wir hängen diesen Kopf hier auf die Schneidfläche des Untermessers. Und dann muss die Leere so schmatzen, saugend, ohne Spiel... Ja, na, da bin ich ein Spiel. Na ja, da ist kein Spiel, nicht wirklich Spiel. Gucken wir mal die andere Seite an. Das ist gut, wir lassen das genau so. Machen wir nichts. Das passt. Jetzt schicken wir noch mal das Bewegt. Na, da wollen wir uns gucken. Ich bin einfach interessiert. Und jetzt... Schnitthöhen mähen zu können. Die gröbste Spindel, die jetzt für solche Mäher verwendet werden können. Ready, auf jeden Fall. Jetzt kann ich hier diesen Stutzhebel lösen. Ich schlafe hier hoch und dann ist die Maschine schiebbar. So, lieber Rasenfeliges, jetzt kommt die Premiere. Jetzt werde ich zum ersten Mal in der endgültigen Version meines gebrauchten E-Flex hier mähen. Ich werde natürlich noch mal in einem späteren Video ausführlich erzählen, was so die Vor- und Nachteile so einer Maschine im Vergleich zu einem Allet- oder Swartman-Spindelmäher sind. Ja, ich habe das ganze Ding zerlegt. Ich habe fast alle Kugellager erneuert. Ich habe alle Dichtungen erneuert. Ich habe die Teile neu lackieren lassen. Ich habe alles geölt und gefettet und gereinigt. Und jetzt haben wir eine neue Spindel drauf. Nagelneue Spindel. Allein die Spindel kostet 54 Euro. Dabei gibt es einen ganzen Meer gebraucht. So, und jetzt kommt der Moment. Ich mach ihn an. Ich mach ihn an. Hier startet man wie so ein Benzinmotor, Schlüssel rumdrehen, dann kommt hier die Anzeige und schon ist er bereit. Natürlich, es ist ein Akkumär, es ist ein Elektromär, keine Geräusche. Jetzt kann ich erst mal fahren, jetzt fahren wir erst mal ein Stückchen. Er kann natürlich nicht fahren, der hat eine Kupplung, die muss ich noch einkuppeln. Hier unten ein Kupplungshäbel, zack, und jetzt kann ich fahren. So, wir fahren mal jetzt hier schön in die Sonne. Und hier nach links. Also, Gas weg, das ist weg. Hier nach links. Und jetzt meter. Und dann drüber. Und dann drüber. Und dann drüber. Und jetzt mal hier. Sollte es nicht rollen. Das ist fast die gleiche Höhe, die ich hier gerade gemäht habe. Interessant. Was bei der Maschine erstes Problem ist, man kann sie nicht zurückziehen. Es geht schon, aber es ist wirklich relativ schwer, aber man muss immer fahren. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, dieser Schnitt. Da lässt sie auch noch stehen. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass er jetzt wirklich jeden Halm schneidet. Aber auch er lässt jetzt noch welche stehen. Die langen Halme. Das Grundproblem des Spindelmähers. Das Grundproblem des Spindels. Das Grundproblem des Spindelmähers. Das Grundproblem des Spindelmähers. Das Grundproblem des Spindelmähers. Das Grundproblem des Spindelmähers. Oh. feels toll. Das immer so gut. Das ist schon gut. Sollte die Schrauben ab. Ich habe schon gedacht, der mäht. Das ist ein ganz kleiner, ganz kleiner Schnitt. Das Gerät ist natürlich deutlich schwerer als der Swartman, immer so erster Hinweis. Das Gerät ist ungefähr 17.000 cm. Nein, Herr Schaaf ist ein wenig kleiner Schnitt. Das ist ein wenig kleiner Schnitt. Das Gerät ist möglich. Wunderschöne Fett ist ein wenig besser für den Wind. Musik Musik Ich brauche mein Gadget Das Gras wird hervorragend geschnitten Du siehst den Schnitt nicht Du siehst wirklich nur ein kurzendendes Ein Stück Rasen Unglaublich Unglaublich Also hier ist der Rasen geil Das gibt es überhaupt nicht Das ist ein Unglaubliches So Rasenfreaks Also ich wäre das Video schon längst zu Ende gewesen Erstes Mal mehr dem E-Flex Jetzt sind wir aber schon ein paar Wochen weiter Und ich mähe jetzt jeden Tag mit dem E-Flex Jeden Tag Und das ist nicht nur geil Das ist super geil Das ist nicht nur crazy Das ist mega crazy Das ist der helle Wahnsinn Das ist unbeschreibbar Ich müsste hierher kommen Ich habe jetzt 15mm eingestellt Auf 15mm mähe ich Es ist ein Teppich Ja natürlich Es gibt hier noch so einzelne Halme Naja Es ist Man muss natürlich immer Beim Spinnenmeer Einmal gegen mähen Aber das Grundbild Ist schon der Wahnsinn Jeden Tag mähen Der Bürstenschnitt Der Teppich Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Herr Rasenfreak Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal